Frau Bach, Sie studieren Technomathematik in Bremen. Was ist denn Ihrer Meinung nach spannend an dem Fach? Das ist abwechslungsreich, finde ich, und die Mathematik findet auch quasi ihren Nutzen in der Anwendung. Und man kann diese Anwendung, ja, die Anwendung wird auch wirklich in der Realität auch benutzt. Warum sollte man denn Technomathematik ausgerechnet in Bremen studieren? Ja, die Bremer Universität, die ist zwar eine kleine Uni, aber von Vorteil auch, weil wir als Studenten quasi immer die Möglichkeit haben, an unsere Professoren heranzutreten. Und auch die Professoren auch sehr offen sind und sehr freundlich, herzlich und wir haben eigentlich auch immer Kontakt miteinander. Also unser Studiengang ist halt auch nicht so groß, dass man irgendwie einen übersehen könnte, man kennt jeden. Und das ist für mich von großem Vorteil für Teamworking oder Austausch, also einfach nur andere Sachen untereinander auszutauschen, Probleme gemeinsam zu lösen oder auch zu helfen dem anderen. Und wie sind so die Karriereaussichten für Technomathematiker? Die sollen sehr glorreich sein in nächster Zeit. Sehr, ja, Mathematiker sollen wohl nicht arbeitslos sein und auch, ja, sehr viele Firmen suchen wohl auch Technomathematiker, Mathematiker mit Anwendung. Und ja, ich hoffe auch, dass ich dann mal irgendwann Arbeit finden werde. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.